Ich bin Nora Bosson und ich lese aus dem ersten Kapitel meines neuen Romans 36,9 Grad. Woher sie gekommen war, ob aus dem Institut, aus einem Hauseingang oder einfach die Straße herunter, konnte ich nicht sagen. Sie trug einen Poncho, einen Poncho bei dieser Hitze und überquerte die Straße. Ihr Haar war lockig und kinnlang und wippte im Takt ihrer Schritte. Sie ging nicht schnell, aber auf eine bemerkenswerte Art lebendig. Nichts Träges, nichts Verlegenes. In der Hand trug sie eine Tüte, Punto il suo supermercato. Der Poncho war milchweiß mit einem braunen Muster am Saum. Jemand hupte. Ich drehte mich um und sah die Frau zwischen zwei parkenden Wagen verschwinden. Das Auto bog um die Ecke, die Straße stand leer. Nur die Frau und ich und das monotone Tapsen eines Gummiballs gegen eine Hausmauer. Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf die Straße, dann den zweiten, den dritten, so wie man sich über einen Bach hangelt, auf wackeligen, glitschigen Steinen. Ihr Poncho flammte in der Sonne. Zum ersten Mal sah ich ihr Profil, als sie vor dem Eingang der Villa Tolonia stehen blieb. Die Konturen weich und dunkel, ihre Nase gerade, aber nicht perfekt, ihr Mund voll, ohne anrüchig zu wirken. Die Ponifransen berührten ihre Augenbrauen. Gleich würde sie dagegen pusten, dachte ich. Da wandte sie sich ab und ging weiter. Wir überquerten die Vianomentana, sie vorweg nach links abdriftend, dann auf der anderen Straßenseite zurück nach rechts eilend, als hätte sie ihren Verfolger gewittert und wollte ihn abschütteln oder zumindest verwirren. Ein Bus zuckelte unter seinen Oberleitungskabeln entlang, die Autos sackten in den Tunnel unter der Portapier ein. Dieser Poncho, dieser Pony, diese Frau, das war ja Unsinn. Natürlich empfand ich etwas für Frauen, für einige von ihnen, unter gegebenen Umständen sogar für einige mehr, aber ich ließ mich nicht von ihnen auf der Straße abfangen, von einem Haarschnitt, von südamerikanischer Folklorekleidung. Der Poncho hielt vor einem Mülleimer. Eine Hand kam unter der Alpaka-Wolle hervor, kleine, von der Sonne gebräunte Finger, die im Winter zu einem matten Olivton aufhellen würden. Aber was ging nicht ihr Winter an? Sie stieß eine leere Zigarettenschachtel hinein, spätestens hier hätte ich umdrehen sollen, die Fahrlässigkeit ihrer Bewegung und dann die Marke Malbüro. Sie schlenderte weiter, ich hinter ihr her, in die Biegungen um die Villa Paganini hinein. Ein Herrenausstatter und ein Restaurant, vor dem ein dreirediger Lieferwagen hielt, waren zwischen die Wohnhäuser geraten. Die Tomaten glänzten sämig in den Paletten, zwei waren zu Boden gefallen und zerplatzt. Die aufgerissene Haut, das übers Pflaster gespritzte Fruchtfleisch und der Abdruck ihrer Schuhe darin. Das Fiepen meines Mobiltelefons schreckte mich auf. Sie zog es hervor und betrachtete das Display eine Weile, ehe sie den Anruf annahm. Hallo? Ein wenig grau, darunter der helle Ton einer Mädchenstimme und vielleicht war das Dunkle nur einem vorübergehenden Katar geschuldet. Aber ich habe es dir doch gesagt. Sie fuhr sich durch Saar, trat gegen Luft. Das war nicht unsere Abmachung. Sie wandte mir ihr Gesicht zu, dunkle, schmale Augen, darüber die zynischen Bögen ihrer Brauen. Und dann brach sie ab in geschmeidige Zerknirschung. Nein, sag du es mir. Die Hände in den Hosentaschen mimte ich den ortsunkundigen Passanten, schlenderte ein paar Schritte zurück und besah mir ein Klingelschild, schielte zu ihrem Arm, der vor- und zurückschnellte, als schüttelte sie das Phantom, mit dem sie sprach, am Kragen. Ach, und was habe ich damit zu tun? Binotti Franceschi Martelli. Hinter mir hörte ich ihre Schritte, hartes, rasches Tropfen über Schottein. Brescoli, Frattoni, nur mehr Entröpfeln, Gentile, Nanetti. Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden. Ich ging langsam die Straße hinauf. Ein Haus war durchbrochen von der Fassade eines Billigsupermarkts, eines mit der schlottrigen Flagge Kanadas drapiert. Ich strummerte weiter durch die Gässchen, die sich halbmondförmig krümmten, wieder streckten, dort sich gabelten und hier wieder zusammenliefen. Und schließlich gab ich sie verloren. Wie unterscheidet sie, lasst das zu